Musik Wir befinden uns in Mittelkärnten auf der Simonhöhe und wir sind ein attraktives Familienskigebiet mit grenzenlosem Angebot für kleine Kinder bzw. Familien. Wir haben auf der Simonhöhe sieben Schlepplifte und einen 30 Meter langen Zauberteppich für die ganz Kleinen von uns. Wir bieten Skikurse jeder Kategorie an, sprich für den Anfänger, aber auch für den Profi. Der Erik Schienecker, die Skischule, meistert das perfekt und wir arbeiten gerne mit ihm zusammen. Und schön wieder Füße zusammen, Füße zusammen, Kurve. Mir gefällt beim Skifahren der Slalom. Mir die Kurve. Es sind schöne Püsten, das Wetter passt. Ja, mit den Kindern ist es schön zu fahren, für die Anfänger ist es perfekt. Wir haben da schöne flache Hänge, da können sie rutschen. Es gibt fünf Einkehrmöglichkeiten für Groß und Klein. Hungrig ist bei uns noch keiner nach Hause gefahren. Die Simonhöhe ist ein preiswerter Skigebiet für die gesamte Familie. Musik 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 Vielen Dank.